Die meisten sind Russen. Ich sagte die meisten, weil sie aus dem gesamten Ostblock stammen. Verzweifelte, wissenlose Menschen. London hat keine Ahnung, was ihnen bevorsteht. Wir sind ein Haufen Nullen. Boxer, Fenster, Hausmeister. Und nicht zu vergessen unser Goldlückchen. Für mich klingt das wie ein schlechter Witz. Du kannst doch kein Kind auf diesen Job loslassen. Das hier ist unser größtes Ding. Wie kommen wir rein? Nach Feierabend. Sam, Art, ihr geht als Reinigungsleute. Eddie, Errol, ihr kommt zur Vordertür rein. Er ist hier so eine Art Nationalheld. Daniel West. Der Mörder von Sandy! Monroe? Ist nicht deine Schuld. Das darf nicht passieren! Russen und Yardis in einem Waffendeal? Wir brauchen Unterstützung. Alle Einheiten. Das ist die Quilligste Ikron. Sandy's Gang wird mit allem abgehauen. Also werden wir wohl das Ding haben. Das ist die Quilligste Ikron. Ich bin vor, was es nicht deine Schuld. Ich kann mich zu Hause. Das ist die Quilligste Ikron. Die Quilligste Ikron. Das ist die Quilligste Ikron. Das ist die Quilligste Ikron. Ich kann mich zu Hause.